Ja, Tag, der Ralf hier. Heute zeige ich von Piwi den ValveKing 20 als Topteil. Das ist der kleine hier und es ist ein 20 Watt Röhren-Amp mit ein paar ganz interessanten Features. Eins davon ist zum Beispiel hier dieser Vari-Class-Regler, so dass ich die Möglichkeit habe, ihn einmal wie ein Class-A-Amp, also schön, frisch, lebendig und eher vintage-mäßig klingen zu lassen oder aber wenn es auch eher heavy sein soll, den ins andere Extrem zu drehen, auf Class-AB, dann wird es sehr straff und sehr definiert in den Bässen und wie gesagt, ist für Metal Sounds toll. Und dadurch, dass es natürlich ein Drehregler ist, sind auch alle Zwischenstellungen möglich. Also es ergeben sich sehr vielfältige Sound-Variationen dadurch. Das ist nur eins von den vielen Sachen der MK, denn jetzt hören wir mal ein bisschen was. so fits aus guitar solo Der Valve King 20 von Peavey, das ist ein schönes kleines Topteil, ein Boot für Clubgigs und für einen Proberaum, der hat also jede Menge Power, schöne Sounds, jede Menge Gain-Reserven auch und noch hier hinten ein paar ganz tolle Features, ich kann das mal rumdrehen. Es gibt zum Beispiel hier einen Effektweg und einen Direct Out, es gibt hier einen USB-Recording Out und was ganz interessant ist noch, ich kann den Amp sowohl mit 20 als auch mit 5 als einem Watt spielen, der ist also nicht nur für Geeks gut, sondern eben auch schön zu Hause zum Üben. Das ist der Peavey Valve King 20 und ich bin der Ralf und dann sehen wir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Vielen Dank.